Luke. Ja? Unterschätze niemals die Macht des Imperators. Luke. Aha. Wenn diese Welt ich verlassen habe, der letzte der Jedi wirst du sein. Luke. Ja, hier. Die Macht ist stark in deiner Familie. Luke. Bin nicht weggelaufen. Ergib dich nicht der dunklen Seite. Luke. Was gibt's? Du hast zu früh gegen Vader gekämpft. Luke. Ich sitze neben dir. Da ist noch ein Skywalker. Okay, und Tschüss.